h 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 wieso hatte der Marco technische Schwierigkeiten hier grad? Technische Schwierigkeiten? Na jetzt läuft's hoffentlich wieder, ne? Gott Ich hab auch gegen den Weiger und Spaß, der ist viel zu stark Der haut einmal nach dem anderen weg Hier ein Ding hat kein Flash mehr Okay Baby Crap LOL Wo ist LOL? Ja Junge dieser Kacknarb Oh ne, da will ich nicht hin Doch, total der Kleinkinder Jam Wir hatten hier gebannt, man Ich nicht Ich? Warum sollte ich die bannen? Okay Okay Na klar, Standard Stirb doch Ne, der stirbt nicht Ne, vergiss es Vergiss es doch Die hab ich noch Da ist dieser Teleportbehinder So, Kathos Ach, hier kann ich Alle Puzzle-Kündchen Das ist easy Ah, ich komm nicht an ihn ran Ah, hast du mit Sex? Okay Stopp Und wenn's hier schon erhöht ist, dann will ich auch mehr gehen Ja, aber ich hab ja nicht mal 40 Sekunden Cooldown Dann hab ich ja 100% Cooldown Ich glaub ich Das geht nicht Nein, 40% Kann ich wahr sein, stark der Weiger ist Alter, das ist doch Verarschung Ich würd ja gern viel Schild geben, aber ist auf Cooldown Ja, was, du hast cool da Hathos ist echt nicht für mich Pfff, spät Alter Headlife Headlife Stirb doch Alter Der mit seinen Scheiß-Heal Ja, der macht's ja auch dauerhaft Ja, aber ich hab nur einen Schild, der hat einfach nur Heal Und den kann man nur per Stun abbrechen Und so einen Stun gibt's bei mir nicht Meinst du, schaffst das? Ja Ja Was, den Scheiß kannst du? Natürlich Du hättest mich auch mal anspringen sollen Was ist der eigentlich? Cooldown, mach doch einfach dauerhaft weh an Ist doch nicht schlimm Das kostet ja auch Mana Es gibt keinen Mana-Verlust hier Wo? Hast du's? Ah, jetzt hast du's verstanden Hey, hörts grad nicht auf Ich hatt's grad kurzfristig vergessen Weil Ich hab mehr Normal-Games als Curb Games Alter, nein! Nee! So welche Situation ist natürlich der Flash sehr, sehr geil Nein! Ich dachte, der stirb Alter, dieser Master hier hat doch durchgängig Ult Ja Alter! Ja, weh oder so bringt überhaupt nichts Achtung, Jig, Ulti Und dann immer mit seiner Q rum, ey Und dann diese permanenten Yields, Alter, es geht mir so auf den Sack Oh mein Gott Oh Gott Er ist und bleibt ein Noob Jam Bin auch, voll Noob Jam Lebt noch! Nein, der Blue! Ich hab ihn gepokt Ähm, der ist bei mir Gara Ähm, mein Valka Wer? Valka Nein, ich wollte ihn Nein, ich wollte ihn Leid hinter mir Ich will auch viel Ich will auch viel Alter, der Damage Alter, der Damage Oh oh Komm, geh mir, geh mir, geh mir Bam! Haha, schön Kamera geht ab Jop Deshalb wollt ihr sie auch haben Ja Jetzt einfach permanent Schild Auf hier Jetzt lauf ich um den, jetzt lauf ich um den Geist hier Wunder Und Ich hab' nicht Ich hab' fast geäst Bina? Ja Ja, bin ich Nein, ich werd' sterben! Wat? Ich werd' sterben! Du Fritz, der Deutsche Warum willst du sterben? Ja, okay, ich hatte noch Flash, das hat mich gerettet Ich glaub' unser Tower ist doch das Ah, das ist nicht so dumm Bin auch dumm Äh… Kommt man hier mehr, gell? Irgendwie Ja, ich glaub' ich schon Nein, nein Okay, der Tower ist los Nein Alter nein, oh Gott Kack Champ Alles Kack Champs Er ist halt Noob Champs Ist halt eh los, er kann man es machen Alter, ich kann Solo-Tower machen. Ich kann Solo-Tower machen, oh mein Gott. Gute Combo. Ich kann Solo-Tower pushen. Ich bete den gleich an. Alter, du machst den. Alter, der magst du krankst. Ist doch geil, Mann. Wie beschwerst du dich? Hallo, ich hab Lifestyle, danke. Habe ich mich beschworen? Beschworen, ja. Beschworen? Habe ich mich beschworen? Ich bin eh dauerhaft an. Oh, danke, Urgott. Oh, du bist doch ein Kack-Nopeasy. Oh, da kommt was Schönes. Schön gemacht. Ach, scheiße. Der Beste. Ich muss mich nur anspringen, ich schwirr'n grad für Tor umführen. Packen. Kannst du Tower machen? Ich geb dir Schild. Heimatdinger, kann ich Tower machen. Kann ich Tower machen? Kann ich Tower machen? Kann ich Tower machen? Kann ich Tower machen? Gar nicht, dass ich hier bin. Mann, ich kann dir sogar hier leben! Ah, was?! Wieso hat die eh nicht ausgelöst, ey? Lucian geht so hart ab. Ja, zum Glück geht Lucian überhaupt nicht ab. Pass. Irgendwie glaub ich, dass seine Mainlane sowieso AD Carry ist. Naja. Der ist Jungle. Sondern der Farmer. Dichtbar. Also in diesem Game ist meine Mainlane garantiert auch AD Carry. Mensch! Uldi! Ich geh doch gar keine AD Carry. Mal. Gislchen meinen reinwirken. So. ja das geht ja gar nicht ja sorry kann ich nichts dafür auch spiel doch mal schlechter warum spielst du nicht schlechter man das geht gar nicht alter stirbt doch wie der haut so rein ja ich spiel auch auf das lucian das geht überall ab und sie alle um mein minion der arme weiger jetzt sehe ich nautilus zum ersten mal in action hier einfach permanent durch den tower und ich ich bin weg leute alle leute 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 ich brauche halt auch gerade voll den scheiß hier zurück ohnehin keine gute idee doch gute idee sehr schöne idee kong penta pass auf es dann holen wir holen wir holen wir holen wir LoL, ich bin hinder? Okay, sieben Sekunden mehr und jetzt. Freasy. Was war das denn? Jeden Sekunden. Ach du Scheißkaiser. Du machst dein Ulti schon total früh an. Fünftfach töten, Beta Kill. LoL, 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 LoL LoL Okay, das war jetzt nicht so gut. Genial. ist ich glaube ich will ja auch mal ich glaube ich blieb ich weigere fast tot kommen Minion mach doch deinen Job du Penner oh Gott flipp ihn aus wem hat ein M7 und 6 oh ja alter ich hab kein Teleport komm ich gib dir den Kill den Kill Nein komm Hexerkel 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 äh geht doch überhaupt gar nicht wie geht das als ob natürlich ging doch nur in dem Spiel rum los alle am abgreifen april april go go Hexerkel 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 komm Frizi 10 Sekunden warte nicht auf den Nexus na perfekt geteilt super lebt ich lebe er lebt Leute was du Scheiß Drecksack du wieso gewinnen wir jedes mal haben wir die besseren Champs oder was ist los ne der Lucim ist so gut das ist unser Carry der hat mich geein ja ich finde der Luc der tut wirklich Carry also der ist schon gut ja also dann würde ich sagen wieder tolles Spiel war auf jeden Fall sehr actionreich äh es gab es gab ein Pentacle ja und alles so ja add me on Skype was ok von mir aus haust da rein tschüss dass ihr dabei der das ein Vielen Dank. 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 Vielen Dank.